hallo und herzlich willkommen zur 23 folge von let's play minecraft together zusammen mit las vor allen dingen und aber auch mit unserem special guest florian florian schönst du dabei bist herzlich willkommen zurück sehr sehr gerne freut uns sehr so dreckst du start diamanten so lobe ich mir das junge 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 der junge der florian der hat sich hier nämlich auf eine ebene gegraben in der mann diamanten findet las möchtest du auch was sagen ich habe eine recht gute idee das ist selten gut bei dir hast du mir holz mitgebracht nee wolltest du welches ja keine gute idee erzähl deine gute idee doch bitte ja los also also wie wäre es wenn wir die monster gegner kämpfen lassen ja prinzipiell ist das eine gute idee aber das moment in einer arena ja dafür müssen wir eine arena bauen und nein lass wir werden uns nicht in den kreativ modus setzen ich finde ihr lasst euch ein bisschen zu sehr ablenken gerade mensch 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 was man nicht so begeisterung aus nein so ja du hast recht das recht das recht das recht unser ziel ist es jetzt ja aber eigentlich gewesen dass wir hier unten farmen ich werde einfach den florian unterstützen hast du mir holz mitgebracht ach scheiße ich habe es vergessen es tut mir leid ja ich will halt auf dem rückweg will ich treppen nach oben ziehen ja so viel holz haben wir nicht nach so du meinst für ein dingens ja aber du musst dafür erst die die teile hier schmelzen das bruchtiefenschiefer muss erst schmelzen wie viel kohle ist denn da oben in dem zwischenraum nicht viel kaum was wir haben ja nichts gefunden weil las sich ja nicht hier dran beteiligt doch ruhig doch das gleiche man ja ich bin halt auf der falschen höhe für kohle glaube ich dafür kohle bist du definitiv zu tief aber ich habe da eine idee wo man kohle findet sagt er boah das ist richtig cool hier unten das ist richtig cool hier unten nein 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 was hast du getan man hat versucht mich zu sprengen ein creeper oder las warum sind die esel was las was machst du da oben also nur zur info las hat spawn eier für diesel gefunden gefunden ja und diese sind jetzt hier unten bei mir und machen meine komplette ja da muss ich dann gewöhnen dass bis jetzt schon mal wenn ich äh lässt sich halt sehr gerne für dinge begeistern las hat eine affektive störung warte komm mal runter der kommt hier runter das ist so ich hab das ich hab das gerade gesehen lasse ich jetzt habe ich vergeben hast du die esel bei der treppe gespawnt hat er ja vielleicht ein bisschen mehr begeisterungsfähigkeit bitte ist es ja es sind wirklich tolle tiere allerdings nur so lange du sie nicht in die finger kriegst ich habe ein tolles leben zu der erde ermöglicht also die sind ja wochen um den atomschlag ja ja weil die auch so sehr einen atomschlag fürchten müssen ja 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 weil der atomschlag hier auch so realistisch ist in minecraft immer noch welcher im spawn eigentlich nicht eigentlich ist er jetzt mittlerweile wieder im überlebensmodus ich glaube es einfach sind einfach so viele ja es waren schon ein paar es waren sehr viele las ach du scheiße die fressen sich gegenseitig nee ich bin die am töten du einmal das wäre krass gewesen ja es gibt zombie pferde ne sie sind aber ganz 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 selten warum hast du ihm das jetzt gesagt gleich habe ich hier zombie pferde ja ich sehe gerade was er tut ja ich sehe gerade was er tut Lars Lars lass es ich mach das aber nix Lars setz dich jetzt bitte in den survival modus ich guck doch noch was nach mein gott oder ich setz dich in den survival modus doch mal bitte es ist echt holz mein holz dein holz ist äh das muss noch produziert werden bring mir jetzt holz oh bitte so viel holz haben wir nicht ich brauche doch nur holz für eine workbench ja aber das bringt ja doch noch nix ja doch ich hab doch ganz viel bruchstein ja aber der musste ja erst schmelzen so florian ja bist du bereit für den nächsten gegner nein bin ich nicht oh gott tut mir leid das ist gerade wirklich assi was ich mache aber ich finde das lustig oh mein gott das nur wäre lauf meine esel lauf vor allen dingen sind das kleine esel warum hast du baby esel gespawnt es war automatisch da können nix für oh gott die wollen das tageslicht glaube ich oh je ach ernsthaft gebt ihm nie 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 op rechte wisst ihr was wir machen sollten was denn voll die geile idee okay okay lass uns doch mal gemeinsam in den nether 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 netheren naked nether � nether Lars, warum sind die Esel jetzt in der Amethystenhöhle? Da fand ich vorhin auch schon. Wirklich, wir wollten Rohstoffe farmen. Wir wollten hier was Gutes tun. Ihr könnt mir ja helfen. Wir haben drei Stufen. Der eine macht die eine und der andere die andere. Lass uns erstmal irgendwie... Das ist jetzt mittlerweile auch... Ich bin mittlerweile bei minus 52. Lars. Oh Gott, die beiden Baby-Esel. Ja, mi, 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 mi. Du hast diese Esel dahin gesetzt. Jetzt flenn nicht rum. Aber ich wollte sonst nicht, dass sie ins Feuer laufen. Ja. Hier, ähm, geht, geht mal rechts rum. Warte. Hier ist noch eine Höhle. Was, wo? So, hier rechts neben der Treppe. Ist noch eine Höhle. Okay. Ich hab ja keine Fackeln. Oder kommt einfach hier lang. Hier lang. Da, wo ich gerade bin. Das ist aber nicht rechts. Ah, ich weiß aber, was er meint. Ich hab halt die Treppe weiter gerade runtergezogen. Das ist schon ziemlich cool da hinten. Ah, das ist ja nice. Also, das ist halt ultra verkeilt und verwinkelt, aber... Ich hab keine Fackeln, Henrik. Hast du welche für mich? Nö, für dich hab ich keine Fackeln. Also, ich hab tatsächlich keine Fackeln, die ich dir geben könnte. Aber ich hab selber ein paar noch. Och, Lars. Jetzt hör auf, dir das Zeug zu ercheeken. Ja, du... Was denn? Du hast mich vorhin getötet. Was, ich hab's gefunden. Was denn? Wirklich geil. How nice. Wirklich. Was sind diese roten Fackeln? Henrik. Was denn? Was hast du denn gefunden? Ich hab einfach nur ein Minensystem gefunden. Oh, cool. Also, tatsächlich das Zweite in dieser Höhle. Aber wir haben ja noch eins hier. Ich nehm einfach mal die Holzplanks hier mit. Ja, ich würd sagen, äh, das ist cool, was wir hier tun. Es macht richtig... Also, ich hab... Es ist einfach richtig cool. Das ist zwar jetzt nicht genau, was du meinst, aber... Ja, ich schließe mich dem an. Ne, so im Allgemeinen hier. Also... Ich schließe mich dem an, ja. Ich hatte auch richtig viel Spaß in dieser Folge. Ja. Lars. Natürlich hattest du das. Warum hab ich eigentlich so viel Leder? Mein Plan wäre, zunächst mal den Diamanten hier abzubauen. Mein Gott. In der kommenden... In der kommenden Zeit jetzt einmal zu dritt in den Neta zu gehen. Was haltet ihr davon? Sehr gerne. Cool. Können wir die Aufgabe nicht erst mal zu Ende machen, die wir haben? Wir haben ja keine richtige Aufgabe, ne? Also... Doch, wir brauchen Kupfer für die Treppen, für die U-Bahn. Wir brauchen Kohle. Ich hab ganz viel Kupfer in, äh, Mettenmetall geauft. Ach ja, ich bin ja gestorben. Danke, Henrik. Gerne. Geht ihr... Geht ihr zweimal ins Neta? Ich sammle uns Rohstoffe. Ja, eigentlich ist ja der Witz an der Sache, dass du mitkommst. Mit einer Kettenausrüstung. Ja, klar. Wir haben noch Diamanten. Ja. Aber nicht genug für eine Rüstung. Naja. Also nicht genug für eine komplette Rüstung. Florian, weißt du was? Dir gönnen wir eine Rüstung. Okay. Dir machen wir eine Rüstung. Versprochen. Wo bist du eigentlich hin, Henrik? Irgendwo. Irgendwo in diesem Bienensystem. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich bin da auch drin. Nein, also Florian, du kriegst von uns gesponsert eine Diamantrüstung. Nee, die Challenge muss ja da sein. Ja, find ich auch. Ja, aber die ist ja nicht da, wenn wir... futeln. Futeln? Ja. Das ist verarschend, Henrik. Jetzt bist du im Spectator-Mode. Ja. Migratie wird teleportiert. Ärgerlich, ne? Und Kohle brauchen wir auch trinkend. Oh ja. Also Flo, ich würde mich total freuen, wenn du mit uns in den Näher kommst. Aber... Ich hab dir im Anten gefunden. Ich find's auch total cool, dass du sagst, hey, ich möchte hier erstmal ein bisschen was für die Community tun, für das Projekt tun. Ja, wir können auch ins Näher... Hey, Lars. Kannst du mir mal ganz kurz erklären, wie das passiert ist, dass wir innerhalb von... fünf Minuten zwei Twitch-Follower bekommen haben? Ich fand die Eselaktion wohl auch lustig. Ja, wahrscheinlich. Ihr Spaßbremsen. Wir sind keine Spaßbremsen. Wir haben dir das doch erlaubt. Ist doch alles gut. Wieder Diamanten. Alter, jetzt hab ich aber Glück. Jetzt hört mal auf. Wesen zu spawnen. Das ist nicht lustig, Lars. Wir haben nicht gesagt, das ist nicht lustig. Das war ziemlich lustig. Vielleicht nochmal. Ich hab die Lava gefunden. Alles klar. Henrik, wo bist du jetzt gerade? Ich bin... Bei mir ist er. Habt ihr auch Fackeln bekommen? Nö. Geht das schlecht. Nee. Ich hab aber... Ich hab ja geschummelt. Jetzt aber, ne? Ja, ich hab halt ein volles Inventar. Schlecht. Nö. Das ist ja gerade geändert. Also, okay. Ja, ich helf dir mal ein bisschen Diamanten finden. Ich hab übrigens einen Feuerstein gefunden. Also, du wolltest doch ein Feuerzeug machen, oder? Wollte er, ja. Wollte er. Äh, Flo, wie viele Diamanten hast denn du jetzt? Äh, neun. Mega. Also, ich hab einen. Lars, wie viele Diamanten hast du denn? Die Frage müssen wir auch, wie viele Diamanten hast du vorhin verloren, dass du gestorben bist? Wie viele Diamanten hast du verloren, dass du gestorben bist? Keinen. Siehst du. Aber dafür in der Kiste sind noch sieben Stück, glaube ich. Ja. Also, ich hab noch, also, ich hab, äh, irgendwie einen gefunden jetzt gerade. Das heißt, zehn haben wir. Lars, ich würd mich freuen, wenn du zumindest für diese Folge bis zum Ende dieser Folge noch hier mithilfst, Diamanten zu finden. Bin noch eins dabei. Sehr gut. Und ich würd sagen, in der nächsten Folge gehen wir in den Neta, und zwar geschlossen, zu dritt. Ja. Egal, was passiert, egal, was wir machen, wir machen das einfach, wir ziehen das durch. Ich hab noch ne richtig geile Bar schon vor euch dann. Im Neta, oder was? Mhm. Auf gar keinen Fall. Doch. Ich bin mir nicht sicher, ob das so geil ist, Lars. Wenn du... Wir sind irgendwie verdammt wenig, äh, Diamanten. Auf die Sechthage. Oder insgesamt Rohstoffe. Also, ich hab gerade einen Diamanten. Das ist richtig, das ist die Höhe, Lars. Wirklich wunderbar. Du hast es erkannt. Und ich bin so froh, dass du uns mit diesem Satz gerade bereichert hast. Gucken halt gerade Leute zu? Ja, einer. Okay, wo bist du gerade? Vor dir? Ist er schon Follower? Ja. Ist er. Ist er. Tuff-Stein. Bitte was? Tuff-Stein. Oh, Gold. Da hab ich aber ne Glücksträhne, Alter. Was? Hast du noch mehr Diamanten, oder was? Ja, gerade wieder. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Wow. Ich hab jetzt insgesamt 18. Mega. Also, ich kann mit Cobbles, Deep Slate, dienen. Ah, Redstone? Brauchen wir Redstone, ja, oder? Ja, nehmt mit. Also, ich brauche Redstone auf jeden Fall, weil ich hab hier Bock, richtig ein Redstone-Projekt und so zu machen. Huttel das, Mann. Kann man mit ner Diamant-Spitzhacke keinen Redstone abbauen? Doch. Ah, da. Aber, okay. Ach, da, ich hab hier... Mensch, weg. Diamant. Ähm. Redstone im Moment. So. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ein Stück. Pio. Ich hab hier first gebaut. Oh, nein, Lars, was hast du getan? Oh, fuck, oh, fuck. Kannst du bitte vorlaufen? Alter. Ich hab vielleicht versehen, ich hab was gefunden, was ich nicht vorwollte. Was denn? Ich wollte eigentlich Cobbles, du setzen. Nein, wir lassen das hier zu. Wir lassen das hier zu. Das ist doch nix. Doch. Nein. Hier, okay, geh halt rein. Mach hier zu schnell. Mach zu. Mach. Da geht doch nix. Da ist entspannt. Das ist gar nicht, was ihr habt. Ich dachte, die sind so gefährlich. Ja, wenn da ein Reiter drauf sitzt. Also. Ja, wollen wir mal so langsam wieder an die Oberfläche gehen? Ja, ich find hier nix. Lars, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Mann, Lars, hör doch. So. Das sind vielleicht links Strähne. Lars. Ja. Das ist nicht nett. Doch. Die armen Pferde, du bist echt herzlos. Ja. Das ist doch ein Scherz, oder? Das wollte ich dir doch gerade gezeigt haben. Ja, hab ich doch gesehen, aber das ist doch trotzdem ein Scherz. So, sollen wir hochgehen? Wo ist denn hoch? Aha. Hier ist hoch. Das ist ein Stück. Wahnsinn. Henrik, hier? Ja, ich komm doch. Nee, du fliegst. Hast du Holz dabei, Lars? Ich hab Holzzaun dabei. Ja, eine Holzplank habe ich dabei. Wie viel brauchst du denn? Viel. Nee, ich muss, stimmt, ich muss es erstmal brennen. Ja, wir brauchen viel, viel, viel Kohle. Wir haben ja glücklicherweise das, äh, die getrockneten Seetangblöcke. Was soll heißen? Die brennen. Ich höre einen Esel verbrennen. Das wäre möglich. Was hast du hier gespawned? Was ist das für ein, was ist das für ein Kiecher? Das sind, äh, Walker. Johnny Walker. Alles, was ich jetzt sagen würde, wäre nicht nett, aber die sehen echt nicht gut aus. Äh. Da hingreift ein Esel in der Wand. Ja, wo das denn nur herkommt? So, lass mal den Nähtal gehen jetzt. Ja, machen wir jetzt auch. So. Ich, wer, was machen die Esel hier oben? Ja, die Sonne Tageslicht. Ja, ich merke das schon. Wie viele sind das bitte? Ich hab unendlich viele gespawned, ich hab keine Ahnung. Kommt nicht hoch. Die blockieren den Weg. Wenn du zuerst. Schuhe brauch ich noch. Nee, Schuhe hab ich. Oh mein Gott. Lars, was ist das bitte? Oh mein Gott. Ah, schön. Ich bin oben. Ich auch. Alter, das ist ja wirklich cool, ne? Eigentlich. Ja, eigentlich ist das lustig, tatsächlich. Aber trotzdem. In Bayern lachen wir drüber, bevor sie es klippen. Ja, ich seh's. Ich hab mir jetzt Kettenhose. Nee, ich brauche noch eine Diamantenkettenhose. Das hab ich selber machen können. Ja gut. Also ich würd sagen, wir sortieren jetzt mal alle unsere Items aus und risten uns jetzt mal für den Nähter aus. Yes, Sir. Lars, vielleicht passt du auf den Creeper auf? Wollte ja jetzt nichts vorschreiben oder so, aber Ja, du eisemn. Ja, ja. So, Henrik. Ja, Lars. Ja, Moment. Lass uns die Monster besiegen. Lass uns schlafen. Lass uns die Folge beenden. Lass mich auf Toilette gehen und dann eine neue Folge starten. Ja, hau rein. Gerne. Ich werd jetzt, äh... Also ich hab mein Zeug quasi schon aussortiert. Ja, ich hab ja da dir kein Zeug mehr gehabt. Ja. Dann würd ich sagen, ich leg mich schon mal schlafen. Ich folge gleich noch auffällig. Ja, ja. Okay. Ding, alle in ihrem Bett, ne? Und? Okay. ich kann ja schon mal abmoderieren da ich muss doch noch was essen warte wieso soll ich darauf warten dass du es ist schon ins bett kommt auf dich darf man sich nicht mal im brot schmieren weißt du da bin ich wissen uns in der nähe hendrik ja was denn es sind monster in der nähe es sind monster in der nähe na sowas wer hätte das gedacht auch komm hoch mit ziemlich eng gehoben zum kämpfen muss ich verstehen ich wurde hier jetzt ab ja las ja sehr gut hier lieben schön dass ihr dabei gewesen sein ich hoffe euch hatte diese aufnahme gefallen wenn dem so ist lasst doch gerne ein like ein abo und ein kommentar da das mit dem abo das erleichtern wir euch auf youtube jetzt ganz einfache die mir auf dem button da oben rechts im video eingeblendet und wenn ihr ein weiteres video von disco ja so weit war ich doch noch gar nicht könntest du mich einmal zu ende ausreden lassen ja also darf ich jetzt das kommt nicht ah ja also wie ja ihr wisst ja wenn ihr das abonnieren wollt oben rechts im video und wenn ihr ein weiteres video von unserem kanal den wollt dann gerne unten rechts auf dem button klicken und vergesst auch nicht unseren discord server zu joinen das könnt ihr ganz einfach machen indem ihr auf den link in der video beschreibung klickt bis zur nächsten folge was ist ein problem ist ein bisschen mehr zum ende mal ja mach das bis zur nächsten folge und für die leute die den stream schauen es geht in wenigen minuten weiter bis gleich bis gleich bin ich mein pünkerin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier in der Kiste sind welche da, der linken Batterie, ja. Hier, sind zehn Stück. Traurig, was bestimmt das, Füßnähter? Ich brauche was goldenes, ne, Henrik? Ähm... Ja. Macht total Sinn. Ja, wobei, da sind ja gar nicht so viele von den Monstern. Ja, aber reicht, ne? Ja. Ich habe ja goldene Schuhe. Niemand sonst noch goldene Schuhe von euch? Nee. Also ich habe keine, nein. Ich reiß mal hier dein Melonenfeld weg, ja? Henrik? Ja, ja, mach das. Ja, du hast da. Also, ich wäre soweit. Wie weit seid ihr? Auch im Prinzip fertig. Okay, Flo? Brauche ich denn jetzt was Goldenes oder nicht? Weiter, komm mal her, gib dir was. Warum brauche ich goldene Schuhe? Weil die Typen da doof sind. Haben wir einen Amboss? Ja, haben wir irgendwo. Mit irgendeiner Truhe müsste einer sein. So Leute, ich muss gleich weg. Ich muss jetzt mal anfangen. Ja, deswegen würde ich gerne. Okay, dann lass uns loslegen. Auf die Plätze, fertig und los.